So meine Freunde, hier bin ich wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball X 2 und Alter. Ich habe hier gerade mal so ein bisschen durchgefuckt, was für Charaktere uns noch erwarten. Und den einen oder anderen habe ich da gefunden, der, wo ich sagen muss, alter, zum Beispiel das hier. Oder was auch immer das hier sein soll, sieht auf jeden Fall interessant aus. Das hier sieht auf jeden Fall auch nice aus. Oder hier dieser Cell. Aber was uns noch erwartet, das hier. Und das sieht auch unglaublich sexy aus. Und dieser Cell. Oder ein Song One. Oh meine Fresse. Oh meine Fresse, was denn dat? Alter. Können wir uns auf jeden Fall noch freuen, Leute. Uff. Wie denn? Aber gut, wir waren ja beim letzten Mal, waren wir ja. bei diesem Black. Piccolo, den habe ich hier am Anfang schon mal irgendwo gehabt. Ja, da. Den habe ich aber schon mal gezeigt, deswegen zeigen wir den nicht. Ja, wir sind bei den 2018er Broly. Den hat mich ja letztes Mal schon gezeigt. Ja, wie soll ich sagen. Wir haben hier noch eine sexy Broly. Den ist auch mega geil aussieht. Broly und Broly könnte passen, also von daher scheißegal, den Beweide. Das werden dann heute unsere Kandidaten fürs Video, sage ich jetzt mal so. Oh, ich bin viel zu weit. Ja, super. Genau, dann haben wir aber am nächsten Mal Cell. Ich glaube, das ist der, der sich verwandeln kann. Absorptionen, genau. Der kann sich halt in die zweite und dritte Form von meiner richtig geil. Aber jetzt mal nehmen wir jetzt hier noch den Broly. Ich hatte zwar den Cell schon mal, aber vielleicht wird der ja verbessert. Mal gucken. Ich freue mich, diese beiden Broly hier nochmal zu testen. Ist der 2018er Broly vielleicht so ein bisschen geschrumpft? Also wenn ich jetzt entscheiden müsste von den beiden, wer der schlimmere Broly ist, dann würde ich auf jeden Fall, ja, ich glaube, dieser Broly würde den Kleinen vermatschen, wenn man das so sieht. Heiliger. Gut, danke. Unterschied. Meine Herren. Aber gut, wir fangen erst mal mit dieser kleinen Version hier an. Okay, er hält sich sein Kopf fest. Interessant. Hört sich auf, vielleicht habt ihr es gesehen. Interessant, wirklich, geil. Alter, was? Aber auch wieder sexy. Der Blasterknall, ganz normale Attacke. Zack, 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 zack. Null. Diesen Schlag. Ja. Genau. What the fuck? Okay, da haben wir den kleinen Broly, aber unterschätzt, wa? Mit dem Mini Broly. Ja, ich hab's verkackt. Okay, die Attacken bleiben gleich, ja. Okay, der kann sich nur in den Super Saiyajan verwandeln. Zack. Uuuuh, okay, wir haben auf jeden Fall den 2018er Broly sowas von unterschätzt. Aber jetzt bin ich aber gespannt, ob der es übertrifft. Aber, nein, der hat gerade eine Legendary Shot. Zack, 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 zack. Ähm, ja. Da hab ich, Super Dark Bomb, okay. Das ist jetzt der Riesenmeteor. Den Super Dark Bomb hebe ich mir zum Schluss auf. Aber der 2018er Broly war auf jeden Fall damit schon, ja, ein bisschen besser als dieser hier. Um aussehen zwar nicht. Äh, ja gut. Äh, nein, äh, Kamera. Ja, von aussehen, sag ich jetzt mal, ist der Super Saiyajan 10 Broly da auf jeden Fall, also deutlich besser. Und dieser Taki ist einfach nice. Zack. Auch wenn das da Mini Broly ist, ne, aber... Das hier sieht einfach mega geil aus. Zack. Ja, aber das war so erstmal wieder so das Video zwischen den beiden Broly's. Wie gedacht, wir haben das jetzt noch keinen besonderen Charakter gehabt heute. Nicht ein einziges, wo ich sagen muss, wirklich, wow, dieser Charakter ist es. Weil sowas hier, das sieht geil aus. Aber, es ist, äh, es ist schwierig, sage ich jetzt, ne, ne? Es ist ja, das freut mich auch schon, den zu testen. Und ihr werdet nichts, nichts Besonderes draufhaben. Ich würde sagen, wir nehmen noch zum Abschluss diesen Cell, weil den Cell hab ich euch schon mal gezeigt. Der ist richtig interessant, auf jeden Fall. Ähm, der kann halt Leute absorbieren. Also, der absorbiert auch wirklich C18 und C17. Das ist wirklich interessant, das sieht auch arschgeil aus. Ich glaube, ich den jetzt noch dazu nehme, den hab ich nämlich schon mal gezeigt. Und, ja, deswegen. Aber der ist jetzt wirklich ein 1A-Mod. Achso, das ist gar nicht der Cell. Ja, auch das noch. Okay, dann hab ich mich wieder, ja gut, dann bin ich ja froh, dass ich ihn noch mitgezeigt habe. Der ist, ja. Ja, okay. Ami, 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 ami. Ja. Leider Gott, das hat ihr dann auch nichts unbedingt Besonderes drauf. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei neuen Charakter. Halt rein, bis zum nächsten Mal. Und, ciao.